Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Runde vom Poly Bridge. So, ich habe hier ein Jump Jump Again. Also, ich muss springen, springen und dann bin ich durch. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ach, macht das Skrip wieder an. So. Stahlträger, jo, die brauchen wir hierfür. So. Okay. Jetzt der Stahlkrieg. Oh, kein Geld mehr. Stahlkrieg So... Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Untertitelung. BR 2018 Jetzt aber. Oh, das war schon gut. Das war zu, keine Ahnung. Oh, das war schon gut. Oh, das war doch schön. Das war schön. Das war sehr schön. Bisschen höher. Bisschen höher. Bisschen zu hoch. Bisschen höher. Bisschen höher. Der breit da ging ab. Wenn er da abprallt, muss er auch drunter herfahren oder wie? Okay. 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 Pong. 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 Okay. Pong. 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 ja okay ich hab es geschafft ich wollte es allerdings noch unterm budget schaffen das sind noch ja ich probier nochmal halt unterm budget ne das geht nicht was kann ich sie wegnehmen kann hier reden ja so jetzt glaube ich um an den und 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 Ich bin mal von Piché. Da muss der Schleiter wieder rein Und da muss die eine Straße wieder rein Wenn ich den jetzt ein bisschen kürzer mache Und da muss der Schleiter sein Und da muss der Schleiter sein Und da muss der Schleiter sein Na egal Ich habe die Runde erstmal geschafft Ich probiere sie jetzt nochmal unterm Budget weiter zu machen Ich denke mal viel wird sich da nicht ändern Das sind nur so einzelne kleine Verstellungen Ich mache jetzt hier ein Cut beim Video Die Brücke werde ich jetzt auch nicht zeigen Wenn ich es unterm Budget geschafft habe Ich würde sagen wir sehen uns dann bei der nächsten Runde wieder Und auf Wiedersehen Bye